So, in der Kampfgebietes. So sieht es also aus. Die Regeln der Kampfbahn hängen öffentlich aus. Pokonoff und Beutel. Beutel und Pokonoff dürfen nicht auf der Kampfbahn mitgenommen werden. Auf der Kampfbahn ist jede Bewer und jeder Kraut nur einmal wirksam. Auf der Kampfbahn kann die Reihenfolgepumpe nicht verändert werden. Du musst die Reihenfolge festlegen, wovon du die Herausforderung annimmst. Ich habe die Herausforderung bereits im zehnten Mal gemeistert. Trotzdem habe ich noch nie gegen einen Trainer gekämpft. Da hast du aber mein Glück gehabt. Überlegt mal, meinst du nicht doch, dass die Besonderfähigkeiten der Pokonoffe hier sehr nützlich sein können? Ah, ich habe meinen Schatz verdammt. Ich war nur noch einen Raum vom Ziel entfernt. Ich muss hier auf Gift, Eis und andere Geheimen, meine Dinge achten. Oh, ja. Hier wird das Glück der Trainer auf die Probe gestellt. Willkommen bei der Kampfhibitis. Ich bleibe heute dich zur Kampfhibitis. Wollte ich das gerne? Na klar. Wir spielen im offenen Kampf. Weißt also, alle Pokémon sind auf Level 100. Und deswegen haben wir uns die auf Level 100 hoch drin. Speichern wir nochmal. Die Kampfmann hat vorne und beginnt. Jetzt. So, jetzt können wir uns aussuchen. Links als Meter. Was sagt sie? Okay. Ich bin vielmals immer entschuldig, aber du hast Schwierigkeiten nicht für den Weg zu entscheiden. Ja. Mal sehen. Irgendwas war mit dem mittleren Weg. Ist dein Trainer? Nein. Ich spreche die Anreisen von Menschen. Ich gehe rechts. Das ist voll einfach, oder? Ja. So. Den gehe ich einfach mal links lang. Guck mal, den mache ich aufs Server. Ja. So. Die Texte sind unwichtig, weil wir es jetzt eigentlich nicht sind. eigentlich nur hingeklatschte trägst du und daher ein miliothek 96 am liebsten möchte mehr fangen aber das ist ja kein altes gesetz ein so denn echt meine punkte sind zum wieder mein problem so dann gehen wir wieder längs du bist ein glückspitz ich habe heute ausgesprungen gute laune ich werde dafür sorgen dass 200.000 top fernsehen ja super ich weiß nicht wo ich bin also mir habe ich gerade richtig glück vielleicht passiert man muss dann kommt man zu müde ja wie gesagt glückwunsch bitte hier entlang du hast die ausforderung gemeistert ich muss sagen du hattest glück über weiß ich hier aber auf jeden fall wenn er kein und eines unglaublich glückserhältst du gewinnpunkte weiter geht's und weiter geht's machen wir gleich nochmal also immer wieder rechts so Viel bitters, minütig So, wieder wieder links Oh, wieder sind im Raum Wieder mit da Oh, kämpfen So Ähm, war ich jetzt in der Mitte oder rechts? Scheiße Ah, fuck Der Punkt, wo wir sind bald wieder Topfels Oh, super Schön Ja, sowas passiert auch Oh, ein Doppelkampf Ja, warte mal Scheiße Es tut mir sehr leid Ein schreckliches Erfüllungserlebnis steht dir hier vor Ich bitte dich Ist ja auch das Schlimmste gefasst Oh mein Gott Jetzt steckt der Flugdruck in mir Ich heiße dich willkommen Dadurch für diesen Raum entschieden hast, sage ich dafür, dass deine Punkte Oh, schön Ich fälle uns im Ministerin rufen Ich bin, Leute Ich bin hier das Gesetz Ich bin die Vierbittestin Du weißt das bestimmt schon Aber um weitergehen zu kommen Musst du erst an mir vorbei Das Mord hat lieb mir nicht Los, lass uns kämpfen Dein Glück Ich hoffe, du hast noch etwas davon übrig Oh mein Gott Ein Ausfüllung von Vierbittestin Lotte Oh, nee, jetzt kommt der mit die Scheiße Oh, sehr gut Sehr gut Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö nicht mehr verwirrt. Greif an da. Jawoll. Oh mein Gott. Ah, der hat übelst eine Engel. Scheiße. Oh, warte mal. Was ist denn meine Erdbebeer-Einsätze? Du musst ja jetzt viel mehr abziehen. Oh, sehr schön. Sehr gut. Schuss. Melothek. Eieieieiei. Greif an. Überreste. Scheiß drauf. Aber du bist tot, ne? Äh. Nichtsinnig. Warte. Komm, das schaffen wir noch. Ja. Ein Hoch auf Ninja-Turm. Komm, einmal noch. Der kann ja nicht angreifen. Ist ja geil. Ja. Sehr schön. Spieler besiegt Flippitisten Lotte. Gib mir dein Kampfzonenpass. Das Lost-Symbol wurde dem Kampfzonenpass hinzugefügt. Das war's. Und ich verschwinde endlich. Sehr gut. Glückwunsch, bitte hier entlang. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir von der Flippitisten den Sieg geholt und die Hausfrauen gemeistert. In Anerkennung des unglaublichen Glücks erhältst du Gewinnpunkte. Alter, mir ging die Prunkwörter. Sehr gut. Sehr gut. Das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss. Ich bin auf dem Körbchen. Tschüss. Ich bin auf dem Körbchen.